Grenzern ist eine politische Gemeinde im Distrikt Jura Nordwaudeus des Kantons Wart in der Schweiz. Der frühere deutsche Name Gransee wird heute nicht mehr verwendet. Geografie Grenzern liegt auf 447 Meter Ü. M. 3 Kilometer nördlich der Bezirkshauptstadt Iwerden-Lebeins. Das historische Städtchen erstreckt sich leicht erhöht an einem Moränenhügel über dem Westhufer des Neuenburger Sees. Nahe der Mündung des Baches Grandsonnet am Jura Südfuß und im nördlichen Teil des Wartländer Mittellandes. Die Fläche des 7,9 Quadratkilometer großen Gemeindegebiets umfasst einen Abschnitt am Westhufer des Neuenburger Sees. Bei Grenzern steigt der Hang vom Seeufer relativ steil an und bildet auf einer Höhe von rund 500 Meter Ü. M. Ein Plateau, das durch das Erosionsteil des Baches Grandsonnet in einen südlichen Teil und einen nördlichen Teil gegliedert ist. Im Nordwesten erstreckt sich der Gemeinde Boden bis auf die Ausläufer der Höhe Lemirio und erreicht oberhalb des Gehöftslauter M. mit 540 Meter Ü. M. den höchsten Punkt von Grenz an. Nördlich dieses Plateaus reicht das Gebiet in die breite Teilniederung des parallel zum Jura fließenden unteren Anon, der zugleich die Nordgrenze bildet. Nordöstlich von Grenzern beginnt ein flacher Abschnitt des Ufers des Neuenburger Sees bis zur Mündung des Anon gibt erst größere Mitschiff, bestandene Flächen. Im äußersten Südwesten des Gemeindegebiets hat Grenzern einen kleinen Anteil an der Ebene bei Iwerden und reicht bis an die Mündung der Brein. Von der Gemeindefläche entfielen 1997 18% auf Siedlungen, 11% auf Wald und Gehölze, 69% auf Landwirtschaft und rund als 2% war unproduktives Land. Zu Grenzern gehören das Dorf Les Tulleris de Grenzern am Nordrand der Ebene von Iwerden. Der Weiler Korsolettes auf einer Anhör zwischen dem Neuenburger See und dem Anon-Toll sowie einige Einzelhöfe. Nachbargemeinden von Grenzern sind Montagny, Press Iwerden, Wallayers, Suess, Montagny, Gietz, Vietz, Champagner und Bonvillers. Bevölkerung Mit 3257 Einwohnern gehört Grenzern zu den mittelgroßen Gemeinden des Kantons Wart. Von den Bewohnern sind 89,3% französischsprachig, 4,0% deutschsprachig und 1,6% italienischsprachig. Die Bevölkerungszahl von Grenzern belief sich 1850 auf 1248 Einwohner, 1900 auf 1771 Einwohner. Im Verlauf des 20. Jahrhunderts nahm die Bevölkerungszahl langsam aber kontinuierlich bis 1970 weiter zu. Nach einem worübergehenden Rückgang während der 1970er Jahre infolge der Wirtschaftskrise wurde seit 1980 eine deutliche Bevölkerungszunahme. Verzeichnet Wirtschaft Grenzern war lange Zeit ein angrarisch geprägtes Städtchen, das insbesondere von der Fischerei, der Viehzucht an den Jura-Hängen und der Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse aus der Umgebung lebte. Auch der Weinbau an den optimal nach Süden exponierten Hängen entlang des Seeufers bei Grenzern stellte eine wichtige Einkunft dar. Im Verlauf des 19. Jahrhunderts fasste auch die Industrie Fuß im Städtchen mit der Gründung der Tabakfabrik Henry Woutier-Frairie-Ski. Punkt. Sie war bis zu ihrer Schließung im Jahr 1972 der wichtigste Arbeitgeber von Grenzern. Ferner war auch die Herstellung von Uhrengläsern von Bedeutung. Les Tulleries de Grenzern erhielt seinen Namen im 15. Jahrhundert als dort eine Ziegelei gegründet wurde. Heute bietet Grenzern rund 1200 Arbeitsplätze an. Mit 4% der Erwerbstätigen, die noch im primären Sektor beschäftigt sind, hat die Landwirtschaft nur noch einen geringen Stellenwert in der Erwerbsstruktur der Bevölkerung. Etwa 25% der Erwerbstätigen sind im industriellen Sektor tätig, während der Dienstleistungssektor 71% der Arbeitskräfte auf sich vereinigt. Die Landwirtschaft konzentriert sich dank der fruchtbaren Böden am Jurafus vor allem auf den Ackerbau. Daneben gibt es auch Viehzucht und einige kleine Weinbauflächen. Die heute bedeutenden Unternehmen sind auf die Branchenbaugewerbe, Transport- und Tiefbauwesen und Baumaterialien spezialisiert. Daneben gibt es zahlreiche weitere kleinere und mittlere Unternehmen. In Les Tulleries de Grenzern haben sich die ACA, Atelier der TUTE Constructions Automobils niedergelassen, die PKW-Prototypen von internationalem Ruf herstellen. Grenzern verfügt im Weiteren seit 1975 über ein Berufsbildungszentrum im Quartier L'Erepuis. In den letzten Jahrzehnten hat sich das Dorf dank seiner attraktiven Lage am See auch zu einer Wohngemeinde entwickelt. Zahlreiche Erwerbstätige sind deshalb Wegpendler, die hauptsächlich in der Stadt Iwerden-Lebens, teilweise auch in Lausanne arbeiten. Tourismus seit den 1970er Jahren unternimmt Grenzern Anstrengungen, den Tourismus anzukurbeln. Attraktionen für den Tagestourismus sind das Schloss mit dem Automobilmuseum und dem Institut für Alte Waffen, die historische Altstadt, der 1971 eröffnete Yachthafen, mehrere Campingplätze entlang des Seeufers sowie der im Jahr 2000 errichtete Natur- und Kulturpfad. Verkehr Die Gemeinde ist verkehrsmäßig sehr gut erschlossen. Sie liegt an der Hauptstraße von Neuenburg nach Iwerden-Lebens. Seit 1984 als der Abschnitt Iwerden-SUD-Grenzern der Autobahn A5 eingeweiht wurde ist das Städtchen vom Durchgangsverkehr entlastet. Die Fortsetzung der Autobahn nach Neuenburg wurde im Mai 2005 eröffnet. Am 7. November 1859 wurde die Eisenbahnlinie von Iwerden nach Neuenburg mit einem Bahnhof in Grenzern in Betrieb genommen. Der Bahnhof wird seit 1999 nur noch durch einzelne wenige Züge zu Spitzenzeiten bedient. Für die Feinverteilung im öffentlichen Verkehr sorgen die Buslinien von Iwerden nach Gorgier, von Iwerden nach Novayes und von Iwerden nach Mauborget, die jeweils mehrere Haltestellen in Grenzern bedienen. Ferner ist Grenzern durch die Personenschifffahrt auf dem Neuenburger See mit anderen Seeanstößer-Gemeinden verbunden. Geschichte Grenzern kann auf eine sehr lange Siedlungsgeschichte zurückblicken. Das frühste Zeugnis der Anwesenheit des Menschen auf dem Gemeindegebiet ist der Menherr, der im Neolithikum als Kultstätte benutzt und 1895 von einem Bauern bei Fildarbeiten wiederentdeckt wurde. Weit bekannter sind jedoch die Pfahlbausiedlungen entlang des Ufers des Neuenburger Sees. Insgesamt wurden seit Mitte des 19. Jahrhunderts Spuren von sieben Ufersiedlungen gefunden, die jeweils auf das späte Neolithikum und auf die Bronzezeit zu datieren sind. Durch die Jura-Gewässerkorrektionen sind die Gebiete der Pfahlbauten heute entwässert. Die bedeutendste dieser Siedlungen befand sich am Seeufer beim Weiler Korsolettes. Sie erreichte Ausmaße von rund 300 Meter mal 150 Meter und war gegen das Land durch einen dreifachen Zaun geschützt. Vermutlich war die Siedlung Korsolettes während der gesamten Bronzezeit bewohnt. Seit 1876 wurden unter der Leitung des kantonalen Archäologie- und Geschichtsmuseums lossane Ausgrabungen durchgeführt. Es kamen zahlreiche Fundgegenstände, beispielsweise Keramikbronze und Kupfergegenstände, Schmuckwaren, organische Materialien und Überreste von Flechtwerk zum Vorschein, die hauptsächlich auf das Neuen Jahrhundert vor Christus, also die späte Bronzezeit, datiert werden. Aus den nachfolgenden Zeitepochen, der Eisenzeit und der Römerzeit wurden hingegen auf dem Gebiet von Grenzern kaum Funde gemacht. Mittelalter Die erste urkundliche Erwähnung des Ortes erfolgte 1049 unter dem Namen Grantio. Aus späterer Zeit sind zahlreiche weitere Bezeichnungen überliefert. Grantione, Granson, Grantion, Grandisonum, Grason, Gransum, Grancone, Gransonium, Grangiuno und Gracon. Der Ortsname ist wahrscheinlich vom gellerömischen Geschlechtsnamen Grantius oder Granitius abgeleitet. Vermutlich bestand an der Stelle des heutigen Grenzern schon vor dem Jahr 1000 eine Siedlung. Die Geschichte der Stadt hängt eng mit derjenigen der Freiherren von Grenzern zusammen. Diese festigten ihre Machtstellung Ende des 10. und im Laufe des 11. Jahrhunderts, als das Königreich Hochburg und allmählich seinem Niedergang entgegenging. Sie brachten die gesamte Region entlang des Jurafusses zwischen dem Neuenburger See und dem Genfer See in ihren Besitz. Die Burg Grenzern wurde im Jahr 1050 erstmals erwähnt. Von dieser Herrschaft wurde Montricha bereits vor 1049 bei Mont im Jahr 1185 abgetrennt. Um 1235 kam es durch Erbfolge zur weiteren Aufteilung der Herrschaft Grenzern in die neuen Gebiete La Saatschemp, Vent und Grenz an. Um die Burg entwickelte sich mit der Zeit der Burg Flecken Grenz an. Die Herren von Grenzern übergaben die Dorfkirche 1146 der Benediktiner Abteil La Chessie in Frankreich, welche die Gründung des Priorats Sergin veranlasste. Kirchlich unterstand Grenzern jedoch bis 1438 der Nachbargemeinde Gietz. Erst dann wurde die Prioratskirche zur Pfarrkirche erhoben. Auf der Westseite des Dorfes ließen sich 1289 die Franziskaner nieder und errichteten ebenfalls ein Kloster. Die Benediktiner förderten die Entwicklung des Ortes, der spätestens um 1300 auf der Landseite mit Befestigungsmauern umgeben wurde. Im Jahr 1328 erhielt der Flecken unter Otto I. von Grenzern Stadtrechte. Bei einer Feuersbrunst vermutlich 1378 wurden große Teile des Schlosses und des Städtchens zerstört. 1397 wurde der letzte Herr von Grenzern wegen Fallmünzerei erstickt und die Burg wurde durch die Savoyer beschlagnahmt. Die Savoyische Herrschaft dauerte bis 1420. Danach kam Grenzern an das Haus Czallon-Aley, Burgunderkriege und Gemeineherrschaft am 25. Oktober 1474 erklärten die Berner Herzog Karl dem Kühnen von Burgund den Krieg. Um die Jurabesse gegen Burgund zu sichern, eroberten die Berner 1475 große Teile der Wart und besetzten auch die Burggrenz an. Diese wurde aber von Karl dem Kühnen beim Einfall der burgundischen Truppen in die Wart zurückerobert, und die Stadt diente ihm in der Folge als Rückzugsgebiet. Am 2. März 1476 kam es zur Entscheidungsschlacht, die als Schlacht bei Grenzern in die Geschichtsbücher einging. Eigentlich fand die Schlacht auf einem Feld bei Konzers statt. Die Eidgenossen siegten dabei über die Herrscharen Karls des Kühnen und schlugen die Burgunder in die Flucht. Die Burg Grenzern ging darauf kampflos an die Eidgenossen über. Die Herrschaft Grenzern kam damit an die Eidgenossen. Das Gebiet von Montagny-Lekorbe wurde ebenfalls eingegliedert und die Fugtei-Grenzern errichtet. Die Fugtei umfasste das Gebiet des heutigen Bezirks Grenzern mit Ausnahme der Gemeinden St. Croix und Bullet, jedoch inklusive Montagny, Villa Sustchemp-Wendt, Esad Sustchemp-Wendt, Chamblon und der Exklave Yvonant auf der anderen Seeseite. Sie stand unter der gemeinsamen Herrschaft der beiden Stände Bern und Freiburg. Abwechslungsweise stellten Bern und Freiburg für fünf Jahre einen Vogt. Die Berufungen gingen an den jeweils keinen Vogts der Lendenstand. Als sich 1554 die Reformation endgültig durchsetzte, wurden das Priorat Sergin und das Franziskaner Kloster säkularisiert und weltlichen Zwecken zugeführt. Nach dem Zusammenbruch des Ancières Regimes gehörte Grenzern von 1798 bis 1803 während der Helvetik zum Kanton Lehmann, der anschließend mit der Inkraftsetzung der Mediationsverfassung im Kanton Wart aufging. 1798 wurde der Bezirk Grenzern geschaffen, zu dessen Hauptort Grenzern bestimmt wurde. Eine Grenzänderung wurde 1834 vollzogen, als der Weiler Letuleris von Montagnipress Iverden an Grenzern abgetreten wurde. Im Verlauf des 19. Jahrhunderts erhielt die Stadt mit der Verbreiterung der Durchgangsstraße Iverden-Neuenburg, dem Bau der Eisenbahnlinie und der Absenkung des Seespiegels durch die Jura-Gewässerkorrektion ein neues Gesicht. Der mittelalterliche Hafen wurde damals aufgegeben. Sehenswürdigkeiten, siehe auch, Liste der Kulturgüter in Grenzern. Das historische Städtchen Grenzern besitzt noch ein malerisches mittelalterliches Ortsbild mit verwinkelten Gässchen- und Bürger- und Patrizierhäusern aus dem 17. bis 18. Jahrhundert. Der Stadtgrundriss bedeckt eine Fläche von rund 250 Meter mal 150 Meter. Zwei Längsachsen durchziehen die Altstadt am Hang über dem Neuenburger See, die EU-E-Basse und die EU-E-Haute. Markantester Bau ist das bereits 1050 erwähnte Schloss Grenzern, das auf einem kleinen Vorsprung über dem Seeufer steht. Es gehört zu den mächtigsten Festungsanlagen der Schweiz. Der heutige Bau entstand im 13. Jahrhundert durch Um- und Ausbau des Vorgängerbaus unter der Anleitung von Otto I. von Grenzern. Das Schloss zeigt einen unregelmäßigen viereckigen Grundriss, der an eine Abwandlung des Karisavoyat erinnert. Es wird auf der Ostseite durch drei Rundtürme geschützt, im Westen durch zwei halbrunde Türme flankiert. Der umfassende Wehrgang wurde bei Veränderungen im 16. Jahrhundert erstellt. Im Innern besitzt das Schloss Grenzern unter anderem einen prunkvollen Rittersaal mit Chorgestühl von 1620, einen Waffensaal und in der Kapelle Gemälde von Jan Mützes aus dem 16. Jahrhundert. Heute beherbergt das Schloss ein Heimatmuseum, eine Waffensammlung und ein Automobilmuseum. Im westlichen Teil der Altstadt steht die reformierte Pfarrkirche Sergin-Baptiste. Sie war früher die Prioratskirche und wurde 1178 an der Stelle eines kleineren Vorgängerbaus errichtet. Die Kirche mit kreuzförmigem Grundriss ist im romanischen Stil der Auvergne, der Herkunft der Benediktiner Mönche, gehalten. Von besonderer Bedeutung sind die reichsskulptierten romanischen Kapitelle. Die römischen Säulenschäfte stammen wahrscheinlich aus den Ruinen von Aventikum. Im 14. Jahrhundert wurden der Chor und der Kirchturm gotisch umgestaltet. Die Hauptfassade wurde 1896 erneuert. Die Kirche besitzt im Querschiff einen reich geschnitzten Priostrum von 1480 im spätgotischen Stil sowie bedeutende Wandmalereien aus dem 15. Jahrhundert. Nahe der Kirche steht das ehemalige Hotel Deville, das 1765 zu 69 durch Umgestaltung eines Teils der Gebäude des Priorats Sergin erbaut wurde. Die restlichen Konventsgebäude existieren nicht mehr. Das neue Rathaus wurde 1891 in der Unterstadt erbaut, wobei der noch erhaltene Kirchturm des ehemaligen Franziskanerklosters mit einbezogen wurde. Die Maison Dubaie ist ein Wohnhaus aus dem 18. Jahrhundert mit Freitreppe und Schmiedeeisern im Balkon. Die Straßen und Plätze von Grenzern werden durch mehrere bedeutenden Brunnen geziert, darunter derjenige hinter der Kirche von 1637. An der Straße von Grenzern nach Viet steht ein 3,5 Meter hoher Menhe mit einem Gewicht von rund drei Tonnen. Der Menhe wurde 1895 entdeckt und wieder aufgerichtet.